Das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Punkt. Was es allerdings gibt, ist das Hymen, ein Schleimhautkranz rund um die Vaginalöffnung. Dieses Hymen sieht bei jeder Frau und Person mit Vagina anders aus. Eines aber ist bei allen gleich. Das Hymen ist dehnbar, durchlässig und reißt nicht, weder beim Sport noch durch Geschlechtsverkehr. Es können aber winzige Verletzungen der Schleimhaut entstehen, die schnell wieder verheilen. Deshalb blutet etwa die Hälfte der Frauen beim ersten Sex. Warum hält sich der Jungfernhäutchen-Mythos dann so hartnäckig? Weil er Teil des sozialen Konstrukts Jungfrau ist. Das wird genutzt, um Frauen und Mädchen zu kontrollieren und über ihr Sexualverhalten zu bestimmen. Also ein klassischer Doppelstandard. Oder hast du schon mal von jungen Männern gehört? Erfahre mehr dazu in der Schule gegen Sexismus bei Pink Stinks. Joseferem Doppelstandardardardardardardardardardardts